Ja, mein Name ist Daniel Dohle, ich bin der stellvertretende Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie und bin in erster Linie verantwortlich für organisatorische Fragen, Managementfragen der Klinik und natürlich auch als Operateur und Leitender Oberarzt vielem OP unterwegs. Und da kommst du jetzt auch her und gehst gleich wieder hin, nämlich in den OP-Saal. Was steht an heute? Wir haben heute Morgen einen relativ jungen Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung versorgt mit Bypassen. Dafür haben wir die beiden Brustwandarterien rechts und links verwendet und eine Vene aus dem Bein und haben damit Bypässe genäht. Das war eine recht schöne Operation, muss ich sagen. Ich hatte einen ganz tollen Assistenten, der durfte auch anfangen mit der Operation heute und ich glaube, es war seine erste zentrale Anastomose, die ich ihm assistiert habe. Und das hat relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, er hat auch heute wieder ein Erfolgserlebnis, eins von vielen. Und die Operation ist also insgesamt gut gelaufen, war nicht allzu lang. Konnten danach die organisatorischen, also OP-Berichtschreibungen, Dokumentationen, Angehörige anrufen, all die Dinge, die da nötig sind, konnten wir schnell erledigen. Und gleich machen wir im Endeffekt das Gleiche nochmal. Da habe ich einen jüngeren Kollegen, auch bereits Oberarzt und Facharzt, dem ich aber dann die Operation assistiere, einfach noch, um da noch mehr Flüssigkeit und Sicherheit reinzubringen. Und da freue ich mich auch ehrlicherweise schon drauf. Also da sind wir eigentlich schon beim Thema, die Weiterentwicklung hier in der Klinik. Ja. Nicht nur das Team, von dem alle so schwärmen und der Ort, sondern auch die Weiterentwicklung. Was ist hier daran besonders? Weil ich habe gehört, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, das ist richtig. Ich denke, es ist in Deutschland ein großes Thema Weiterbildung. Und in der Herzchirurgie insbesondere ist es ja gar nicht mal so leicht, Weiterbildung tatsächlich zu betreiben. Ich selbst habe mich da berufspolitisch viele Jahre mit befasst und das eine oder andere auch zu dem Thema provoziert im Rahmen des jungen Forums der Deutschen Gesellschaft für Herz-, Thorsten- und Gefäßchirurgie und habe natürlich auch meinen eigenen Weg so ein bisschen im Hinterkopf. Und aus diesem Aspekt heraus ist mir das Thema Weiterbildung tatsächlich sehr wichtig. Und wir haben hier ein tolles Klima und ideale Bedingungen, unter denen wir Weiterbildung tatsächlich auch real leben und die Assistierenden erleben lassen können. Man hört ja immer wieder, flache Hierarchien sind hier. Hast du da auch von profitieren dürfen? Ich selbst stamme ursprünglich nicht aus dieser Klinik. Das heißt, meine Weiterbildung hat in einer anderen Klinik und im Ausland stattgefunden. Ich selbst habe aber insofern davon profitieren dürfen, als ich hier selbst als junger Oberarzt vor inzwischen sieben Jahren angefangen habe, dass ich seinerzeit ein tolles Team schon angetroffen habe mit relativ flachen Hierarchien auch unter den Oberärzten. Und insofern daran auch profitiert, dass in der aktuellen Situation, ich das einfach genieße, mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auch auf einer Ebene arbeiten zu können. Und natürlich auch mit meinem Chef, der ja nach wie vor mein Chef ist, aber dennoch eher sich in den meisten Situationen anfühlt, wie ein Team-Member, mit dem gemeinsam wir einfach versuchen, das Bestmögliche aus dieser Klinik rauszuholen. Er klingt eigentlich wie eine Taskforce zusammen. Ja, das empfinde ich häufig tatsächlich so. Was sind denn für dich so deine persönlichen Stärken, von denen du sagst, deswegen bin ich da, wo ich bin? Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, in kritischen und schwierigen Situationen relativ gut das Drumherum ausblenden zu können, kurz, scharf, sauber analysieren zu können, dann das Notwendige zu tun. Und dabei trotzdem immer noch ruhig ein Team anleiten zu können und ruhig die wichtigen Dinge kommunizieren zu können. Denn gerade in Notfall-Situationen ist die Kommunikation das A und O. Und ich denke, das ist tatsächlich eine meiner großen Stärken. Eine andere Stärke, denke ich, ist, ich habe relativ viel Energie. Und wenn es dann wirklich irgendwie anstrengend wird, dann habe ich einfach in der Regel nochmal die Energie und Disziplin, auch den letzten Zentimeter zu gehen. Und das ist, glaube ich, was entscheidend für das Outcome für unsere Patienten ist, dass man nicht auf der Hälfte der Strecke oder kurz vor Ende dann gut sein lässt, sondern es muss immer perfekt sein, es muss immer der letzte Meter gegangen werden. Ansonsten erlebt man Enttäuschungen. Und das muss man vermeiden in diesem wichtigen Job. War dein Weg vorgezeichnet? Hast du gewusst? Keine Ahnung, ne, ich kann gut Verantwortung übernehmen, ich kann tolle Entscheidungen treffen. Ne, ich werde kein Pilot, ich werde Herr Chirurg. Das mag jetzt total abgedroschen klingen, aber ja, es war so, ich wollte das immer schon machen. Und es war wirklich seit ich vier, fünf, fünf, sechs Jahre alt bin. Ich hatte, das muss ich ein bisschen ausholen, also mein Patenonkel ist Biologie-Lehrer gewesen, der ist mittlerweile verstorben und hat Bücher, Biologie-Bücher rezensiert. Und ich habe damals diese ganzen Biobücher, also ich gerade erst als Kind angefangen habe zu lesen, habe ich angefangen, diese Biobücher durchzublättern. Und das Thema Körper und Kreislauf, das war immer das, was mich so am meisten fasziniert hat. Und dann gab es eins unter den Büchern, da war eine der ersten Herzoperationen mit dem Ersatz einer Harzklappe gezeichnet. Das war eine Doppelseite, eine große Doppelseite. Und ich habe dieses Bild gesehen und dachte, das möchte ich irgendwann mal machen. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Also ich habe es gelesen, war völlig geflasht und habe gesagt, das möchte ich machen. Und ja, und genauso habe ich das dann die restlichen Jahre durchgezogen. Zwischendurch während meines Studiums, am Anfang des Studiums, es war nochmal zwischenzeitlich zur Diskussion, Unfallchirurgie, ehrlicherweise, weil das hat mich auch fasziniert, weil es auch so kritische Situationen in einer Trauma- und Schocksituationen zügige, saubere Entscheidungen gut kommuniziert. Dieses Thema, das hat mir gefallen. Und als ich dann aber das erste Mal eine Herzoperation tatsächlich als Studierender habe erleben dürfen, da war dann Game Over. Da war völlig klar, was ich werde. Ja, total. Das war der absolute Wahnsinn. Unfallchirurgie stelle ich mir grob vor. Und Herzchirurgie ist doch unglaublich filigran, oder? Ja, auch wir haben, wir haben auch grobe Anteile. Also das Eröffnen eines Brustkorbs und der Verschluss eines Brustkorbses ist jetzt nicht sonderlich filigran. Aber ja, tatsächlich ist das in meinen Augen inzwischen einer der ganz wesentlichen Teile, die Herzschirurgie aussehen und es ist einerseits, dass die Kombination aus strategisches Denken, denn 80 Prozent unseres Erfolgs hängen mit der Strategie zusammen, die wir nutzen und die wir uns zu eigen machen und die wir vor so einer Operation sehr, sehr sauber planen müssen. Das andere ist die Technologie. Es ist ein sehr technikaffines Fach, denn der Einsatz der Hans-Lungen-Maschine oder jetzt inzwischen viele axiale Pumpen plus auch das ganze hemodynamische Monitoring und die Pharmakologie dahinter, das ist die ganze technologische Situation dahinter, die mir sehr viel Spaß macht. Das dritte ist das Team. Also das heißt, das ist kein Job, den man alleine machen kann. Das ist keine Singleplayer-Variante, sondern es muss immer in einem großen, sehr, sehr gut abgestimmten Team funktionieren. Und nur dann kann man wirklich große Erfolge erzielen. Und das sind so diese drei Aspekte, die mich da am meisten neben dem Filigran fasziniert haben. Im Gegensatz zur Unfallchirurgie, wo ich fürchte, da ist auch sicherlich auch ein Team-Aspekt drin, aber niemals auf dem Level, wie wir das haben. Denn auch das Postoperative, das zieht sich ja weiter. Das ist ja jetzt nicht nur die Operation, die dann perfekt laufen muss aus diesen Aspekten, sondern es muss ja auch danach auf der Intensivstation insbesondere im perfekten Team und mit perfektem Aneinandergreifen weitergehen und dann auch die Normalstation danach mit REER. Das muss alles auseinandergreifen. Und das macht dieses Fach in meinen Augen ziemlich einzigartig. Diese Vielschichtigkeit, die du gerade angesprochen hast, also auch die einzelnen Fähigkeiten für mich aus, ich sage mal, aus Patientensicht, wie wir stehen da wirklich mit offenem Mund und sagen, mein Gott, was müssen diese Menschen alles leisten? Weil man muss, ja, man muss perfekt und empathisch sein, dass man die malen Menschen das irgendwie verstehen und sich nicht total verschreckt und verstört fühlen. Man muss so perfekt in seinem Job sein, man muss fachlich so optimal und perfekt aufgestellt sein und die ganzen Gewerke, sage ich jetzt einfach mal, zusammenhalten. Wächst man damit oder seid ihr einfach, oder seid ihr halt nun mal die Götter in Weiß? Wir sind alles andere als Götter in Weiß. Wir sind Enthusiasten für das, was wir tun. Wir sind extrem lange und gut ausgebildete, hochspezialisierte Mediziner. Und wir haben hier das unfassbare Glück, und das, denke ich, hängt ganz eng damit zusammen, was für eine Führungskultur wir hier haben. Dass wir Menschen um uns haben versammeln können, die das Herz beim richtigen Fleck haben. Wir haben hier Menschen, die sehr ehrlich und aufrichtig am Wohl des Patienten interessiert sind, ohne eigene Interessen in den Vordergrund zu rücken. Und das alles zusammen führt dann dazu, dass wir tolle Ergebnisse erzielen können. Du hast vorhin gesagt, du warst überall auf der Welt oder in vielen Orten auf der Welt, in der Ausbildung, auch im Auslandsgenossen und so weiter. Du bist hierher, in Anführungsstrichen, zurückgekehrt oder hierher eingekehrt. Warum? Ich hatte damals die Gelegenheit, hier meine erste Oberarztposition zu bekommen und den Leitungsbereich für den Bereich Ortenchirurgie. Ich hatte hier eine gute Freundin, die hier bereits ärztlich tätig war, die ich noch aus meiner Zeit kannte, in der ich selbst in Facharztweiterbildung war und mich viel berufspolitisch mit dem Thema beschäftigt hat. Sie selbst war Mitgründerin, die Frau Dr. Emrich, Mitgründerin des Jungen Forums der Deutschen Gesellschaft für Herz-Thorax. Lena Emrich. Ja, Lena Emrich. Lena, Lena Emrich, genau. Dr. Lena Emrich, die Ärztin, die Patienten in Vertrauen. Richtig, das ist schon damals vorhin von mir gewesen, als dann die Gelegenheit entstand, hier mit meiner Frau gemeinsam arbeiten zu können. Also für uns beide eine Stelle war und ich auch den damaligen Chef kannte und in seiner Art, in seiner sehr besonderen Art, aber der noch musste, war das einfach für uns, hey, wir gucken uns das an, wir machen das. Eigentlich war mein Plan drin, noch mehr Richtung Gefäßchirurgie zu gehen und dann kam es aber peu a peu immer mehr Herzchirurgie, sodass ich dann plötzlich 2019 leitender Oberarzt war und dann 2021 sogar kommissarische Leiter und tja, da kam eins zum anderen und dann wächst man natürlich mit jeder neuen Aufgabe und Verantwortung, immer mit dem Anspruch im Hinterkopf, das muss doch besser gehen, fängt man dann an, kreativ Lösungen zu finden und das haben wir hier, glaube ich, mittlerweile auf ein sehr hohes Niveau gebracht. Und dann, wenn wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden, dann wir uns das an, kreativ Lösungen zu finden,